Mein Name ist Ramira Estefan und ich bin Wahrsagerin von Beruf. Ich bin in der Voodoo-Magie bewandert und strebe stetig nach mehr Wissen. Derzeit befinde ich mich auf einer Meditationswanderung. Das heißt, ich gehe nicht meinem normalen Geschäft nach, das ich in Salem verrichte, sondern bin gerade im Übersee in Nordengland unterwegs, um zu mir selbst zu finden. Seit dem Vorfall 1926, als ich die Gottheit Nyokta sah, die Teile Salem in Schutt und Asche legte, kämpft seither die Faszination mit dem Respekt vor diesen übernatürlichen Dingen. Mal sehen, wohin mich das Schicksal führen wird.